Media Vita in Morte Sumus ist der Beginn eines gregorianischen Chorals der Nordkai. Zugeschrieben wird, aber wahrscheinlich schon um das Jahr 750 in Frankreich entstanden ist. Der Text lässt sich etwa mit Mitten im Leben sind wir im Tod übersetzen. Ein früher Nachweis einer Übertragung ins Deutsche mit dem Text in Mitten unseres Lebenszeit findet sich im Reich Nauer Turner von 1080. Es steht, für den Vergänglichkeitsgedanken speziell in der Barockzeit. Siehe dazu auch Veneters Verwendung fand es zudem in Hartmanns von Aumittel hochdeutscher Verserzählung Der arme Heinrich. Text und Übertragungen Der Text besteht aus zehn verschiedenen langen Versen. Die Zeilen 7 bis 9 erinnern an den Antwortgesang der großen Impropierien, das Trisagion. Sanctus Deus Sanctus Fortis Sanctus Immortalis Miserere Nobis Luthers Lied mit Mitten wir im Leben sind die Antiphon wurde von Martin Luther 1524 im Anschluss an ältere Vorlagen. Unter dem Titel Mitten wir im Leben sind ins Deutsche übertragen und um zwei parallel gebaute Strophen ergänzt. So dass jede Zeile die entsprechende Zeile der anderen beiden Strophen vertieft und auslegt. Das Lied findet sich im evangelischen Gesangbuch unter Nummer 518. Die erste Strophe wurde in das katholische Gottesslobe unter Nummer 503 aufgenommen. Die dreieinander auslegenden Strophen lauten in der heute gebräuchlichen Form, Melodie und musikalische Bearbeitungen. Der gregorianische Gesang ist im Deuterus Plakalis komponiert. Auch die daraus entwickelte Melodie aus Wittenberg von 1524 auf den Text von Martin Luther verwendet diese Tonart. Während sich im Werk Johann Sebastian Bachs nur ein schlichter vierstimmiger Chorsatz findet, der auf der Melodie des Luther-Korals beruht, legte Felix Mendelssohn-Bartoldi den Liedtext seiner achtstimmigen, expressiven C-Moll-Motette Op. 23,3 zugrunde. Weitere Vertonungen Arnold von Brook Mitten wir im Leben sind Henry Dumont, Media Vita in Mortissimus Nicolas Gombert, Media Vita Jakobus die Kerle, Media Vita in Mortissimus Orlando di Lassos, Media Vita John Shepard, Media Vita a Sexte varia Die bayerischen Google-Männer verwenden die Phrase als ihren Wahlspruch. Ein Echo dieses Gedankens findet sich auch in Rilkes berühmtem, oft als Grabspruch verwendeten Kurzgedicht-Schlussstück.